Meine Freunde haben mich natürlich angefeuert und so. Ich bin beim Ironman gewinnen. Ja, ich möchte einmal zur Olympia. Jetzt bin ich immer einer der schönsten Weltkämpfe. Es ist ein Hammergefühl gewesen, durch die ganze Menge zu lachen. Ich möchte gerne einmal Olympiasiegerin werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.